So, dann mach ich mal eben hier das komische Panserung des Lichts rein. Hm? Sind ja schon drin. Ihr seid in der Endrunde. Endrunde! Was stand da eben? Haben wir nicht gelesen gerade. Kann ich jetzt irgendwo nachlesen, was das ist? Was war denn? Achso, okay, ja. Tag, jetzt hier ein paar Minuten warten, super, und dann geht's weiter. Ja, wir werden dir das sagen, wir werden dir sagen, babbel, und dann muss die babbel auch. Bleiben wir da vorne stehen welche, oder gehen wir hinten irgendwo hin? Ne, wir gehen da hinten wieder in die Ecke. Okay. Und zwar ganz links in die Ecke, genau. Auf die linke Seite da. Okay, dann kommen wir da raus. Warte noch mal, ich will auch noch mal jetzt gucken. Warte noch mal, ich will auch noch mal jetzt gucken. Einen Moment. Hm, 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 hm. Ich schießt ganz schön langsam. Noch mal schnellere. Ich schießt auch nicht schneller. Ja, jetzt müssen wir alle Zähigkeiten drin, naja, lass ich's so, schatz auf. Ja, lass mal los. Ich wünsche euch einen guten Kampf. Urox, der Flankenflicks. Stross von Oryx. Bestingt mir Missgeburt. Ja. Ja. Die oder Muni? Ja, ja, das ist gut. Vielleicht gleich nur Galahorn rauf, oder was? Ja, klar. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Die Ecke ist nach links, wenn wir nichts zu oben machen. So. So. Okay. Wo sind denn jetzt? Genau. Ah, ich kann nicht hoch, wenn mich irgendein Block. Ah, ne, die Krippe, fuck you, die Krippe, ey. Ja, hab ich schon mal sehen, müssen wir kurz warten. Aber du kann ich auch grad nicht setzen, ne? Ah, ist ran. Und Säckele brennen. Boah. Da kommt ein Ritter rein. Ich bin tot. Ja, ist ein Ritter reingekommen. Oh, Mann. Ich glaube, ich muss jetzt einen Teaser einsetzen. Oh, mein Gott. Ich bin tot. 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 Ja, wenn ich keine Abschlüsse mache und keinen Super generiere, dann habe ich auch danach keinen Super, wenn ich wieder aufstehe. Ich bin tot. 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 Ich kann jetzt gleich das nächste Mal in eine Bubble setzen, aber das ist eben nicht. Boah, fuck. Wow. So knapp. Ja. Oh, mich haut irgendwas. Jetzt häng ich schon wieder in der Treppe fester. Boah. Bescheuert. Boah, fuck. Das so, ey. Ich kann leider keine Synthese gerade einsetzen. Wow. Oh. Ich hab keine Bubble setzen, ne? Oh. 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 Ich bin tot. Fuck ey. Eine Sekunde. Eine hundertste Sekunde. Ich bin tot. 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 Ich hab keine Bubble. Ich bin tot. Oh, okay. Jetzt kommen wir selbst mal da links. Ja, das hat mich das andere, das hat mich das Viech da hinten, Urux, Urux, Kux erwischt da. Okay, gut. Oh man, ich kann so keine Bubble sterben, ich war tot, ey, kacke, ich muss keine FN-Teser einsetzen. Gut, nein, ich hätte nichts. Oh! Oh, fuck. Lass mich zerstreuen, was soll das? So. Ich darf hier immer eine Treppe hängen, ey, ich bin nur auf dem Sack. Ja. Geh weg. Ja, weg. Juhu, geil. Feinde gehen unter, ihr überlebt. Ja. Gut gemacht. Kehrt zur Luftschleuse zurück. So, jetzt gehen wir erst alle runter und dann machen wir erst die Kisten auf, nicht, dass gleich einer schon die Kisten aufmacht. Ja, natürlich, Alter, wie ich das hasse, wenn du so random hier bist und dann diese Typen dann sofort sich auf die Kisten stürzen. Ja, finde ich mir auch kacke. Was ist das Problem für den Ersten, so lange zu warten, bis die anderen beiden da sind, ey, es ist nicht, alle. Champions der Ältesten, ja? Ihr habt gewonnen. Ihr habt gekämpft. Ihr habt gewonnen. Euer Schatz wartet auf euch. Oh, die Schatzkammer wieder. Leider kriegt man kein Klima, wenn man hier reinspringt. Ist aber schön. Alles voll. So, nehm' mal. Ja. Majestätische Hand habe ich noch gefehlt. Ach so, der Revolver? Äh, nee. Äh, majestätische Hand ist Automatikgewehr. Hattest du schon mal, hast du schon eine aufgemacht mit dem Chart? Ja. Oh, okay. Egal, er muss die Volkskulische, äh, fahren. Ja. Ja. Ja, ein 1 durch. Ja, wenn du willst mit Randy noch in den 32er gehen. Hm, ja. Wie spät ist es überhaupt? Obwohl, nee, doch nicht mehr. Okay. Ah, eine Stunde gebraucht geht ja noch. Leider doch nicht. Muss ich auf morgen verschieben. Hast du noch einen Christen? Ja.